Hallo, wiemals vor ein Gewehr laufen? Das ist ja gut, du kannst hier hin, die Freilangspielstürze, aber du bist gleich schön. Ich muss hier ein Fleisch abgeben, aber ich lasse die Gäste abgeben. Gotti, du stehst hier, oder? Echt? Ja, und dann musst du eine Minute warten. Euer Rückenwind, wenn ihr ihn überhaupt gehört habt, Ja, das ist doch so! Für die nächsten Meter, 20 Meter riesen Zwischenrein, Für Wohr immer noch, für Jan, für den Müll, Leichter-Drehen und Helles-Spiegau, Herr Horsten, er hat ein 80 Meter Höhe, Einmal darfst du noch mal weg. Ja, 20 Meter Höhe. Ja, 20 Meter Höhe. Ja, 20 Meter Höhe. Ja, der jetzt ist sie. Jürgen Rückenwind, 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 Rückenwind... Schießt ihn weg! Da kommt ihr vier. Kommt ihr Schlungen. Kommt ihr vier! Kommt ihr vier! Kommt ihr vier! Kommt ihr vier! Wird's mein Pressen da voll allein. Tschüss. Ja, auf der anderen Seite besser gewesen, weil 1 und 2, die waren, sind, wo wir immer Fotos machen müssen. Wie kann das jetzt noch schlafen, wenn die Jungen... Tschüss! Kommt sie! Das ist schon schwer. Schade! So, es hat die Kaffee heute auf beiden generiert und einfach so schnell haben. 2.35 Minuten für den, der gar kein Sport macht, mit einer richtig sportlichen Leistung. Trotzdem hat das Zuell gewonnen. Und der Sponder, der Jan, ist weiter risikuell. Wir treuen uns jetzt besser. Also, alles klar.